Die Elefanten wurden wegen ihrem anderen Aussehen und Verhalten ausgeschlossen. Da sich die Elefanten einsam und allein fühlten, machten sie sich auf den Weg zu den anderen. Jetzt waren sie zwar bei den anderen Tieren, doch trotzdem sind sie nur unter sich, da die Mäuse und die anderen Tieren eingeschüchtert durch deren Größe sind. Da merkte eine Schnecke, dass die Elefanten trotz ihrer Größe nichts tun. Deshalb ist es egal, welche Hautfarbe, ob dick oder dünn, ob groß oder klein, alle gehören dazu.